Spiegel Coaching – Menschenkenntnis verbessern Folge 3 – Die Empathie schulen Wer andere Menschen richtig einschätzen und den passenden Umgang mit ihnen finden will, braucht Einfühlungsvermögen. Diese Fähigkeit zur Empathie besteht aus zwei Komponenten, einer emotionalen und einer kognitiven. Bei der emotionalen Empathie fühlen wir wortwörtlich mit, was die andere Person gerade empfindet. Wir spiegeln also den emotionalen Zustand der anderen Person. Dabei sind die gleichen Hirnregionen aktiv, die auch arbeiten, wenn wir selbst dieses Gefühl empfinden. Die kognitive Empathie bedeutet, dass man ein Verständnis dafür hat, was im anderen gerade vorgeht. Einige Wissenschaftler nennen dies auch Theory of Mind. Der Begriff bedeutet, wir entwickeln im Laufe unseres Lebens eine Theorie darüber, wie andere Menschen denken, fühlen und handeln, was sie motiviert oder abhält, bestimmte Dinge zu tun. Wir sind in der Lage, uns in sie hineinzuversetzen. Beide Elemente der Empathie können sie trainieren. Eine Übung beschäftigt sich mit dem Einfühlen, die andere damit, die Perspektive der anderen Person einzunehmen. Übung zur emotionalen Empathie. Andere nachahmen. Wer die Körperhaltung anderer übernimmt, spürt oft sofort, wie der andere sich gerade fühlt und wie er tickt. Das können Sie nutzen. Denken Sie an eine Person, die Sie kennen, mit der Sie häufig zu tun haben, die Sie aber nicht wirklich verstehen. Nehmen Sie in einer ruhigen Minute eine typische Haltung dieser Person ein. Imitieren Sie ein typisches Bewegungsmuster, mit dem diese Person normalerweise durch die Welt geht. Bei einer herrischen Kollegin imitieren Sie deren forschen Gang und laufen so ein paar Schritte durchs Zimmer. Bei einem misstrauischen, kleinlichen Nachbarn nehmen Sie dessen Körperhaltung ein. Beobachten Sie sich. Welche Gefühle, welche Gedanken haben Sie in der Haltung? Wie sehen Sie sich und die Welt? Rufen Sie sich diese Erkenntnisse in Erinnerung, wenn Sie das nächste Mal dieser Person begegnen. Oft fühlt man zum Beispiel, dass aufrechte, raumgreifende Leute auch viel Anspannung in sich haben und befürchten, sich nicht behaupten zu können. Experimentieren Sie mit dieser Technik. Im Alltag kann es oft reichen, die Haltung des anderen nur andeutungsweise einzunehmen, statt sie expressiv nachzuahmen. Auch das fördert das Einfühlungsvermögen. Übung zur kognitiven Empathie. Andere Positionen einnehmen. Denken Sie an eine Person aus dem weiteren Umfeld, die Sie nicht gut kennen, deren soziale Situation Ihnen eher fremd ist und über die Sie sich gelegentlich ärgern. Es kann der Verkäufer im Kiosk, die Zahnärztin oder die Abteilungsleiterin sein. Konzentrieren Sie sich nun auf diese Person und nehmen Sie im Geiste die Rolle ein, in der diese Person agiert. Versuchen Sie sich vorzustellen, wie sich jemand in der Rolle des Chefs, des ungelernten Arbeiters oder der Ärztin fühlt. Es kann auch helfen, sich bildlich vorzustellen, hinter dem Schreibtisch der Chefin zu sitzen oder hinter dem Tresen des Kiosks zu stehen. Also wechseln Sie in die Position des Anderen und schauen Sie aus dieser anderen Perspektive auf die Welt. Was fällt Ihnen auf? Was ist anders? Was haben Sie vorher gar nicht gesehen? Welchen Ausschnitt der Welt haben Sie nun im Blick? Überlegen Sie, wie diese Faktoren die Gemütslage und Sichtweise Ihres Gegenübers mitbestimmen. Und versuchen Sie, bei der nächsten Begegnung daran zu denken. Reflektieren Sie nach ein paar Tagen, wie es Ihnen mit den Empathieübungen gegangen ist. Haben Sie das Gefühl, andere besser zu verstehen? Fühlen Sie sich Menschen ein bisschen näher, die Ihnen bisher weit weg erschienen? Hat das Einfühlungsvermögen den Kontakt zu anderen Personen verändert? Falls Sie mit diesen Übungen etwas anfangen konnten, lohnt es sich, diese über die gesamte Zeit des Coachings weiterzuführen. Denn wer täglich seine Menschenkenntnis trainiert, vermehrt sein Wissen über typische Verhaltensmuster und täuscht sich weniger in anderen. Wie andere Menschen ticken, welche unterschiedlichen Denkstile sie haben, damit beschäftigt sich die nächste Folge des Coachings. Spiegel Coaching Menschenkenntnis verbessern Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020